Hallo, ich bin Heinz Josef. Ja, ich wohne zur Zeit noch in einer körperbehinderten Wohnstätte und möchte gerne ausziehen und ein selbstständiges Leben führen und suche deswegen hier in Mahl eine Wohnung zwischen 65 und 85 Quadratmetern. Und die sollte natürlich leicht umbaubar sein, das Bad, dass ich da auch mit dem Rollstuhl in die Dusche kann. Am besten wäre dann noch, wenn ich einen kleinen Balkon hätte, wo ich zum Rauchen rausfahren kann. Nette Anwohner, barrieregerecht natürlich vor der Tür unten, möglichst nah zum Ballaststern, dass ich auch schnell einkaufen kann. Und mit den Bussen erreicht man natürlich, dass ich schnell im ganzen Ruhrgebiet überall bin. Meine Telefonnummer vielleicht noch? 02365 2965 827 02365 29ここboys 02367 3075 314 023 Fabrik 0236 02359 297 0238 0239 02310 0248 0238 0232 0238 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Ein Mensch, ein Hund, zwei Herzen und sechs Beine, das waren wir, Naila und ich, dann ging sie von der Leine. Jetzt bin ich hier, kein Hund, ein Mensch alleine, das Unglück lauert überall, in diesem Fall, ein Tennisball. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020